aber mit raketen ja ja klar aufgeladener beam geht glaube ich auch okay innenbunden geht es nicht aber warte mal aufs auge damit er sich öffnet ja geht aber ins maul muss sie mit raketen schießen was ich jetzt vorhabe leute ist eine kleine strategische die ich mir überlegt habe gerade innerhalb von fünf sekunden ich habe mir jetzt einfach einen kleinen vorsprung verschaffen indem ich hier durch renne und dann im moment nutzen und items farmen gehen ich glaube er ist tot doch er fällt in sich zusammen dann ist er tot dann sind sie meistens tot lol diesen raum da erinnere ich mich dran ah lol ich muss craig und ridley besiegen oder was für diesen raum da ja genau das ist der weg zu mother brain das heißt das game hat in sich gesehen nur drei richtige bosse große bosse meine ich ja mann thank you very much so die frage ist wie komme ich da jetzt runter wann kriegt man seinen ersten richtigen neuen anzug ich glaube das dauert gar nicht mehr so lange ich bin mir nicht ganz sicher wo ging es nochmal lang da geht es nach kraten ich glaube ich muss nach rechts ich glaube wir müssen noch recht doch jetzt aber renne 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 e idee renne 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 rednerán berlin renne 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 r � aus viewer eager notikerums kann uns nicht nur A highly will ich nichts verstehen Ench teuer anspressen muss ich den umgehenden compression gehen hektikspiel aber Kraid war ein cooler Boss die Bosse hier sind auch cool running 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 das war der Kin Capital ah running running running! ich sehe irgendwas... schreit mich ach da brauche ich Powerbomben für wo kriege ich die denn? muss ja auf jeden Fall kommen N Corporation Ah, zu früh! Warte mal, was ist denn da rechts und links in der Tür? Dann komme ich nochmal zurück. Ich will einen Speicherpunkt! Wammarsch! Speicherpunkt? Oh, cool. Neues Item. Ja. Ah, Mann, fliegen! High Jump! Oh, geil, man kriegt den High Jump. Ah, du Wichser, ich will auch. Das ist schön. Diverses High Jump. Vergrößert maximale Sprunghöhe. Das wäre auch. Ermöglicht Sprung mit Morph Ball. Ach, geil! Boah, Alter, springt er hoch! Ah, ein Safe State. Oh, okay, hier ist Feuer, das tut mir weh. Feuer tut mir weh! Warum weißt ich das jetzt erst? Oh Gott! Ah, jetzt kommen wir auch viel einfacher da. Alter, springt Samus hoch. Ich fürchte, ich bin so gerade eben gestorben. Ach nee, ich habe überlebt. Was? What have you done? Oh, Leute! Ich habe im Zufall noch ein Missile-Container gefunden. Ne, dann pass auf, das war in einem Raum. Oh Gott! Ne, pass auf, ich war in einem Raum, wo ich mich an einem Fahrstuhl klammern musste. Und da waren ganz viele grüne Fliegen. Ja. Also von den größeren. Nicht diese kleinen Super-Kack-Nerfigen, sondern die, die schon als richtige Gegner bezeichnen kannst. Und ganz am Ende des Raumes bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie es zutage kam, auf jeden Fall bin ich runtergeflogen in einen Lavastrom rein, bin auf der falschen Seite des Lavastroms rausgekommen, weil ich war schon mal auf der anderen Seite und da war ein Missile-Container. Oh, nice. Das ist cool. Ich weiß gar nicht, ob ich den gekriegt habe. Ja, ich muss jetzt nur gucken, wie ich das jetzt wieder hinkriege. Ja, ich habe jetzt erstmal gespeichert, damit ich den Missile-Container auf jeden Fall nicht vergesse. Aber warte mal. Da gibt es ein Item. Wie kriege ich das denn? Muss ich rennen? Okay. Ne, muss ich doch. Muss ich rennen. Gibt es denn noch ein Item? Ihhh, was ist das denn? Loll. Oh, das ist noch ein Boss. Jetzt erinnere ich mich. Ich konnte die Fliegen nicht abwehren und deswegen bin ich von einer ganz kleinen Plattform, auf der man landen kann, abgestürzt. Ihhh, ne dicke Raupe. Da ist die Fett. Okay, da komme ich immer richtig hin. Wie komme ich denn hin? Ich bin auf dem Weg nach Hause. Mama, ich komme zurück. Mama, hey. Mama Brain, I'm coming to you. Mama Brain wird sich frei. Mama. Okay, hier muss ich irgendwas machen. Das muss ich mal gucken. Ah, alles klar. Zack, Bombe. Was ist so ein Geier? Wie lege ich denn da? Wie mache ich denn deine Rack? Ich muss jetzt doch aus Craig raus, oder? Und zurück nach Brinstar. Oh, eine Zwischensequenz. Das denn? Kann ich denn von der Entfernung rennen? Kann ich denn von der Entfernung rennen? Das reicht doch gar nicht. Ja. Oh, eine Zwischensequenz. Oh, oh. Ach, ich habe ja den Sprungball. Ah. Ridley ist auf dem Weg. Ridley is coming to you. Ach, hier muss ich lang. Alles klar. Ist Ridley nicht auch derjenige, der Samus Familie umgebracht hat? Ja. Was ein Zufall. Ich bin mit dem ersten Boss fertig und hier löst sich auf einmal eine Wand auf. Hehehehe. Kann this be a Zufall? Throw me the way, heilige Statue. Weise mir! Hier, guck mal. Wenn du diese Statuen machst und die, die den Weg weisen, sind doch so ägyptische Hieroglyphen im Hintergrund. Kannst du doch nicht erzählen, dass das nicht daran angelehnt ist? Hm. Was ägyptisch ist. Okay, ich muss nach Norfair zurück. Da ist heiß drin. Da gehen wir nicht rein. Was ist denn jetzt los? Waffe. Achso, in Waffe und Energie vor Ort bin ich geheilt. Haha. Ich war für einen Moment irritiert. Das Leuchten war dann noch sehr intensiv. Daaaah. Da da da. Warum bin ich da nicht durch die Tür gegangen? Da da da. Leute. Weißt du, an wen ich mich gerade wieder erinnere? Erinnerst du dich an die Super Smash Brothers Map? Wo, äh, bei Super Smash Brothers Millie, wo so ein fetter Drache die Map immer geschlagen hat und die gekippt ist? Äh. Das war großartig. Der Huren. Das war großartig. Das war großartig. Der ist mir gerade wieder eingefallen. Ja, und ich habe mich darüber nachgedacht. Das kam zu meiner Meinung. Leute, das ist nur ein Safepoint. Na toll. Äh. Ich muss erstmal speichern gehen. Nehmen wir den einfach mit, den Safepoint. Das soll so bleiben. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss zurück nach Brinstar. Brinen ist da. Autsch. Hä? Ach Gott, jetzt muss ich... Oh nein. Der Durant muss da lang. Oh Gott, Alter. Das Gekletter hier. Ich werde wahnsinnig. Aber das geht noch. Warte mal ab. Da kommen ja noch Passagen durch. Autsch. Das war ein Gegner. Voll reingesmashed. Komm, den Weg ist durch die Lava. Das lohnt sich nicht. Die Raketen haben wir. Einmal runter, bitte. Aua. Aua. Aha. Aha. Zurück nach Norfair. Norfair. Ja. So sieht's aus. Hier geht gar nichts kaputt. Wo genau hin? Alles klar nach da. Oder warte. Halt stopp. Halt stopp. Oh, speichern. Speichern, speichern, speichern. Speichern. Ditto. In diesem Spiel geht alles viel entspannter zu. Ja, ich heiß Duran. Aber ich mag, äh, Fusion trotzdem. Ja, es ist ja kein, kein wirklich beschissenes Spiel. Der Duran war nur ein bisschen am Tilten. Der Duran war nur ein bisschen am Tilten. Der Duran war nur ein bisschen am Tilten. Der Duran ist am Stock gegangen. Der hat etwas abgedreht. Der ist fast abgedreht. Ja, fast. Mein Sohn. Du hast ja teilweise völlig die Beherrschung verloren. What? Das halte ich für ein Gerücht. Was? Das ist gelogen. Ja, Dotton, schon gesagt, war ziemlich sauer. Oder richtig sauer, so. Ja, aber gut. Wenn man so einen richtigen Scheißtag hat und loaded ist, dann kann ich das sogar nachvollziehen. Das war echt, also. Dann kam ja echt alles zusammen, ne? Und dann, dann bin ich geplatzt, ey. Ups. Ich kann jetzt so hoch springen? Was ist geil? Er war wie ein Smogger, das Explosion eingesetzt hat. Oh, yes. Oh, yes. Was soll ich vorstellen? Das war wie in einem Nuzlocke Run. Du hast noch ein Pokémon. Hör auf, ich hab bis heute den Tod einiger Poks und nicht überwunden. Du hast noch ein Pokémon. Und dann musst du dich einem Smogger stellen und das macht einfach mal mit einem Kapitel noch Explosion und tötet dich. Mit einem Crit. So musst du dir vorstellen und dann explodierst du. So hab ich mich gefühlt. Ja. Dann platz da einfach. Okay, ich hab ein neues Areal aufgedeckt. Ich bin glücklich mit mir. Was, du möchtest? Ein Bier? Oh ja, das auch. Ich hab... Leute, ich hab mir sogar gestern hier noch auf den Fenstersims eingestellt. Haha, nice. Wie mach ich denn grüne Türen auf? Kannst du noch gar nicht aufmachen. Mit Powerbomben. Äh, mit Power Missiles. Yes? Dann bin ich hier verkehrt. Was ist der halt noch, mein junger Freund? Dann bin ich hier leider verkehrt gelaufen. Kannst du mir ne grobe Richtung geben für Nofair? Äh, nö, ich hab die Karte grad nicht im Bild. Ach, ne, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon. Aber das musstest du eigentlich, das kann man so... ja. Scheiße, ich muss da oben lang. Hopp. Ich bin ja mittlerweile etwas windiger geworden. Ach, dat olle Ding. Kommt ja auch noch. Eine Freundin darf übrigens nicht herausfinden, dass ich hier mit dir am Aufnehmen bin. Nicht heute. Warum? Weil wir Besuch nachher noch kriegen und ich hab versprochen, dass ich die Wohnung aufräume. Alles klar. Und das hab ich bis jetzt eher nur notdürftig gemacht. Alles klar. Deswegen dürfen wir auch nur zwei Stunden aufnehmen, weil das andere ist zu riskant. Ja, das reicht mir, das passt ja auch nicht. Wie lange sind wir jetzt? Halbe Stunde ist noch, ne? Ja. Gut, dann hab ich die Zeit richtig eingeschätzt. Hä? Mist. Ich hab die Zeit ja immer im Blick, weil ich nicht im Vollbild aufnehme. Vergrößert maximale Sprunge, weil ich... Ich muss nur sagen, ich bin etwas innen tollen... Oh leul, oh leul, hier ist heiß, hier ist heiß, da darf ich nicht sein. Ach schön, heiße Räume sind mit Rot markiert. Da ist Gefahr! Ah, das ist ganz praktisch. Hehehe. Oh Gott. Pfff, was? Kleiner Kreml in deinem Mutti ist auf Youtube. So, guck mal mit ihr kleinen Viecher, euch muss ich mitnehmen. Ach. Sag mal, unterbrechen Sprünge nicht, äh, das Speeden? Ja. Dann bin ich mir gerade uneins, wie ich den nächsten Raum erreichen soll. Hä? Wie war ging denn das nochmal? Scheiße, wie war das denn noch? Ach so, mit dem Jamm und dem Missile Container, DT. Wird dir denn am Ende angezeigt, wie viel du geschafft hast? Ja, am Ende wird dir gesagt, hier so und so viel Prozent. So.